Ich bin die Mauer von der Mount Everest, du musst dir von der Zugspitze weg. Also, wir müssen erstmal das Team kopieren. Mannschaftsauswahl, so Kopie dieser Mannschaft. Wir brauchen erstmal ein lustiges deutsche Schwitzername für die WL. So, FC Bierfass, Dynamo Dresen, FC Bierhausen, Capri Sun, FC Spoiler. Oh, wie war das letzte mit Sie? War schon 18 oder sowas? Wie gut war denn das? War die schon 18? War die schon 18? Der ist gut, oder? Wie hat das geschrieben? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich muss es genau so schreiben. Oder das ist einfach Wadi. Ja ne, wie war die? Da ist ja der Witz dabei. Wo steht's denn? Achso. Wie war die? Jenny, wie war die? Achso, okay. Ja, ja, ist gut. Deswegen ist es doch so lustig. Ja, ich wollte aber... War die? Ja, ha. Weißt du? War die schon 18? So, und ich wollte es noch ein bisschen mit großen Kleinschreibungen. So, lassen wir's. Ist es dein Name? Ja, war die schon 18? So, erstmal ist alles raus hier. Verkaufen wir aber nix von dem Team, ne? Bleibt ja alles da. Es geht ja noch um andere Kader. Wie jetzt hole ich mal da rein. Den haben wir noch aus der Bulli. Zidane war, der war früher bei. Zidane war Bundesliga. Pelé auch, glaube ich, ne? Den hier rein, mal auf jeden Fall. Davis. Davis rein. Kann man jetzt mal mitnehmen hier malen. Sonst nochmal, glaube ich, hier nix mehr, ne? Silas auf jeden Fall noch. Kalajcic. Wami noch. So. Oh, hier hat Niklas Schmidt rausgemacht. Ohne Lahm, Jungs. Ohne Icons. Den muss ich erstmal direkt wieder zurückholen. Das steht... Gomez vorne rein, ne? Safe call. Mario Gomez. Mario Gomez. Da ist er doch. Bester Mann. Mario Gomez. So, Gomez. So, wie machen wir das jetzt hier weiter? Wir haben Sanen und er gespielt. Wir haben... Noch. Ich denke, ist da eigentlich so unsere Hockamo gekommen? Mhm. Wie gut wären die jetzt? Cola. Safe call. Und Ricken hol jetzt auch mal rein. Lars Ricken. So. Also. Wie bauen wir das ganze Projekt jetzt? Erste Kimmich, Goretzka oder Zakaria kann ich auch mal holen. Komm mal, Zakaria sieht halt schon gut aus, ne? Der sieht auch richtig gut aus. Zakar? Ja. Da ist er doch. Zakaria. Dennis. Krass aus, ne? Früher bin ich zusammen auf die Schule gegangen. So. LF gibt es halt auch nur einer, ne? Nkuko auf die Acht. Wirts. Hammer. Wirts kann sich eigentlich schon mal in die Mitte setzen. Okay. Rein da. Aber wen spielst du denn auf der Acht? Wirts dann mit, oder was? Safe, oder? Ja. Boah. Sieht auch gut aus, ne? Na, Cola kommt halt safe hinten rein. Dann haben wir gesagt Castells hinten. Castells. Links Davis, klar. Das ist logisch, ja. Was gibt's denn halt, Bulli? Was nimmt man in die UV mit? Ja. Entweder Lacroix. Ja. Upa. Oder Hummels. Oder Sanchu. Sanchu. Wow. Upa, gut. Ich glaube, nur sehen die anderen besser aus. Wen hat man noch? Wow, wie gut sieht denn der aus? Lacroix, der sieht auch richtig gut aus, ne? Ja, Lacroix sieht heftig aus, ne? Wer nimmt man mit, Chat? Oder Sanchu. Aber Sanchu hat Defensive, ne? Upa richtig gut. Viele wollen eine neue, diesen Quai... Den hier. Chiwap! Den. Chiwap! Chi! Nehmen wir den mit. Aufwach, aufwach. Nehmen wir den mit. So, Mafropanos. Ist OP, alles klar. Dann haben wir... Wen haben wir denn da sitzen? Da kannst du eigentlich bloß ein Babu mitnehmen, oder, Chat? Ne, da hatten wir noch einer. Ah, wen hat man da noch? Das war, glaube ich, RAV, oder? Ich glaube, ja. Ah, klar. Muki hat man da. Safe, ne? Muki. Oder es gibt auch ein ganz wilde, das ist noch weiter unten. Auf RAV? Äh, RV. Welchen hat man da noch? Hier. Was ist mit dem Frimpong? Ja. Ah, das Ding aber besser, glaube ich, oder? Oder Sommer. Miklas Sommer. Geht auch, aber das ist doch der geiler. Muki sieht doch gut aus, oder, Chat? Ich wär... Ja. Genau. 64, def, stabil. Muki sieht doch schon gut aus. Ja, nimmt Muki. Sommer, Sommer, Sommer. So, und hier hätten wir halt dann Zakaria. Was sind meine Spiele? Kimmich, Zakaria oder Goretzka? Wir brauchen nur einen klassischen Abräumer. Ich hol mir den mal noch rein, hier. Goretzka. Weil Goretzka brauchen wir safe. Weil den muss ich ja auch immer... Ich brauche 2, 8, 1, 6. Ja. Und du brauchst 2, 6, ja 1, 8. Ja, ja, ja. Und so Goretzka ist ja alles Könner, ne? Ja. Und dann halt entweder... Entweder Zakaria oder Kimmich, Jungs. Einen für... Für ein von beiden ist Platz. Vielleicht geh mal runter, dass wir mal die seht, die Boys. Kimmich hat halt krankes Passspiel. Aber Zakaria sieht halt irgendwie... Pfff. Wird halt schon schneller auch, ne? Ja. Wilder aus. Zakaria. Der von Füß ist eigentlich auch stärker. Kimmich ist so stark. Einziges Passspiel, ne? Könnt man aber eigentlich mal Zakaria testen, Jungs. Ich glaub die Mehrheit ist auch für Zakaria, ne? Zakaria 40cm, Mann. Und dann hast du halt hier bloß noch... Machen wir den mal weg. Diaby oder... Ähm... Wir holen... Achtung... Kermin rein, ne? Achso, warte mal. Ja, bei Zakaria... Was denn? Ich brauche 2 8er, ne? Ja. Ja, aber jetzt bei Zakaria... Warum auch? Brauchst du einen klaren 6er auch. Ja, okay. Ja, doch. Wird ja passen, ja. Ja, das ist dein klaren 6er. Ja, stimmt. Das ist deine 2 8er. Ja. Das ging ja. Was nennt man halt hier? LV... Ah, LV sag ich. LF haben die halt nix, ne? Kostic. Kostic halt... Ist halt krass, ne? Würde ich schon sagen, Comanjo, oder? Ja, ich glaube auch. Was hat denn der? Boah, es wird schwer auf der Position, ne? Die hat auch krass aus. Aber... Diaby hat Linksfuß, ne? Äh... Ja. Ist raus. Ist drin. Zakaria Stetson, äh... Quatsch. Was? Digga, was? Ich sag, das ist ein Patrice Evra. Der braucht aber selber was mit Pass. Catch Patrice Evra noch. Aber Maschine. So wäre das, ne? So wäre das, ne? Kimmich ist zu wild. Er hat auch Prosti gesagt, dass Kimmich zu krass, aber er ist, ne? Ja, aber Zakaria können wir nochmal testen, Jungs. Zakaria, wichtig für die Dusche. So sehe ich es auch. Vor allen Dingen, guck mal, der hat Hochmittel. Hochmittel. Das wäre vielleicht auch einen Tick sonst zu. Hochmittel, was hat er da machen? Der hat's schön, ähm, mittel hoch. Äh... Hochmittel auch. Scheiße, jo, was ist denn das? Wollen die alle Tore schießen? Alle drauf. Ja, ich würde sagen, so steht's Bundesliga-Team. Klose für Gomez. Gehen wir auf Shopping-Jagd. Ah, guck noch, ob wir noch einen Sommer für die Bank kriegen. Ja. Aktuell packt das nur auf die Bank, Jungs. Sommer, Niklas. Ah, schnell ist er aber, ne? Ja. Schnell müde. Geht's bestimmt nicht, oder? Ja. Oh. Ach du Scheiße. Was kommst du denn die Nacht, Cap? Richtig wie ein Taui. Boah, das ist ein Gewingverdiener. Scheiße. Digga, mit Sommer wird richtig getradet. Ja, ich will ein frischer. Ich will kein Burgsommer. Frischer Sommer. Haben sie aber auch das perfekte Bild erwischt. Seht auch noch mal Tourpee-Aufwände von dem Bild. Gerade so aufgesetzt. Haben sie den von seinem, äh, hier, von seinem TikTok gerade rausgeschnitten, oder? Was ist denn da los? Ne, der will im Sommer. Was kostet ein Jürchen? Gar nichts, ne? Ich schätze, Jürchen 160. So viel? 120. Das lebt gar nicht. Ah! Was? Jürchen, ne? Ach du Scheiße. Suchen frische. Ja, safe. Krieg ich da auch bei dem Preis. Hier ist ein frischer Jürchen. Frisch. Frisches Jürchenchen. Ich nehm dich mit. Ja, das sind alle frisch, ne? Frisch. Frischer Mann. 20k. Ne, ne. Es kostet einen Zacker. Oha, bleiben wir bei dem Team. Unter 500k bleiben wir safe, ne? Ah, ne. Sané ist ja teurer. Nur Sané, ne? Warum nicht Neuer als Torwart? Alle sagen, äh, wie heißt der Kamerad? Kastels. Kastels wäre besser. Ist auch günstig. Digga, die kosten ja gar nichts. Und ich sag, das ist ein gutes Team. Ja, sag ich auch. Ich hab das frisch gekauft. Mit dem Pinselchen drauf. Egal. Einer muss nur einen Pinsel kaufen. Ach, was kostet der jetzt? Was schätzt du? Ich sag maximal 150 noch. Oh, wie traurig. Pfff. Was? Was? Digga, wo sind denn da die Preise hin? Da war er frisch. Ja, ich will doch noch günstiger. Glaubst du, ich kaufe den 280? Hä? Digga, was? Chat, was ist denn da passiert? Guck da frisch. Der ist frisch. Ist frisch, Mann. Nein, Anzahl der Besitzer 2. Ja, aber frisch, unbespielt. So, der kostet gar nichts, sag ich, ne? Ah, noah. Ich sag, ich sag, äh, der kostet 6er Düsel. 15 sind wir doch schon. Oh. Hä? Oh. Warum bist du so teuer, Mann? Mannl. Warum ist der so teuer? Okay, jetzt wird er günstiger hier. Anzahl der Besitzer 2, das macht aber nix, Chat. Anzahl der Besitzer 3, willst du nicht, ne? Unbespielt ist wichtig. Ist der okay für dich? Anzahl der Besitzer 1, den mag ich. Das Game ist halt schon tot. Es ist halt wahnsinnig, wo die Preise liegen, Chat. Es kostet noch n' Gomez auch nicht mal 100k mehr. Oh, Herr Uff, sag sowas nicht. Pff. Ja, gut, das ist dann der Preis, das ist dann der Preis-Ranker. Ja, Frische. Ja. Frische Mann. Mario! So, was nimmt man aber mit auf die Bank? Ein Ricken-Safe, oder? Fürs Feeling? Willst du einen erholt fürs Feeling? Ja, fürs Feeling, ein Ricken. Ricken ist ein guter Mann auf der Bank. Ja, ja, was kostet denn ein Ricky noch? Oh, Ricky, Junge. Ach, Digga, hör auf. Was? Ich bin denk, wo du ziehst ne hier wo? Sechs, fünf Schüsse. Da hab ich mein Engine drauf geholt. So, das geht alles weg. Waren wir auch nur Bundesliga auf die Bank, oder? Ja, safe.